was geht ab meine lieben freunde und herzlich willkommen world's finest gamer am start und im heutigen video habe ich mal wieder einen kleinen fashion glitch für euch mit dem ihr euch eure unterarme komplett unsichtbar machen könnt und bevor wir mit dem glitsch hier noch anfangen muss ich euch sagen dass ihr das schnellstmöglich machen müsst denn ab montag geht das nicht mehr wenn es das independence d dlc nämlich nicht mehr gibt dann gibt es ja diese anzieh sachen dafür nicht mehr und dann könnt ihr auch den glitsch nicht mehr machen also begebt euch jetzt mal ins nächstgelegene bekleidungsgeschäft und dann geht ihr dort in die kategorie sakkus und dort kauft ihr euch dann den blauen frack oder den roten frack oder den sternen frack das ist wirklich egal mit welchem frack ihr das macht das geht mit allen drei frags die jetzt hier im independence day dlc neu ins spiel gekommen sind habt ihr dies getan geht es als nächstes in die kategorie anzugswesten und dort kauft ihr euch das vertikal gestreifte anzugshemd und wenn ihr das dann gekauft habt zieht ihr das auch am besten direkt hier an und ändert nichts mehr am outfit und dann führt uns der weg auch schon rüber zu den accessoires seid ihr bei den accessoires jetzt angekommen dann gehen wir dort in die kategorie krawatten und dort scrollen wir dann einfach mal runter bis an die 21 stelle und wählen dann dort die usa flaggen fliege aus und wenn wir die dann ausgewählt haben dann gehen wir drei plätze nach oben auf die schwarze lockere fliege und wenn ihr die dann ausgerüstet habt werdet ihr schon merken dass euch die unterarme fehlen bzw dass die unterarme jetzt unsichtbar sind dann könnt ihr auch noch hingehen und euch die fliege nach wahl noch um ändern wie ihr das ganze dann haben wollt und dann könnt ihr auch noch zur kassiererin an der kasse gehen und euch das outfit abspeichern ich bin auf jeden fall jetzt an dieser stelle einfach mal raus mich würde es jetzt freuen wenn ihr den like button mal so richtig vergewaltigen würdet für diesen geilen glitch und dann sehen wir uns im nächsten video wieder bis dahin macht's gut bleibt gesund haut rein und ciao